Ok, klappe die zweite. Gut, bist du bereit? Ja. Den willst du da drüber tun? Ist normal im Bilderbuch so. Echt? Ja, weiss ich nicht. Der ist normal nicht so. Sollte ich nicht. Aber ist wurscht. 3, 2, 1, go. Das ist stolz. Das ist so. Ah ja, das ist so. Geht's noch kühlen? Wir kommen hier. Weisst du? Okay, aber dann kühle ich nicht. Ja, können wir machen. Wir finden etwas aus. Aber ist auch noch ein bisschen aus, oder? Ja, ja. Der Sack ist schnell, oder? Ja. Wo ist ein Problem? Ja. Hier riecht es bald für Schütterei, oder? Ja. 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 Wir haben für ein Publikum, der ohne. Ein Lauter der Kaugummi ohne Musik. Ja. 11er Kaibler da ja nichts, oder? Ja. 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 Ja, es ist die Schifte da, oder? Ja. Ja, das ist ein Schiff. Ja. 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 Ja, 29, 30 Speed haben wir. Ich habe einen 30 Speed. Ja, ist eh schnell. Es gibt keinen Wind mehr. Okay, du bist bereit? Ich bin bereit. Schnell ruhig. Schnell ruhig. Ja, es geht auch schon, wie ich. Schnell ruhig, dass er ihn schnell vorgefüllt hat. Ja, ich gehe gleich rauf, damit er ihn schnell vorgefüllt hat. Und dann hat er ganz leicht vor- und zurückgeknickt. Dann habe ich gewartet, bis er vorne ist und dann habe ich erst mehr laufen. Und dann schiesst er weg. Minder! Minder! Waren und dann? Ich war doch, oder? Ja! Da drückt die Lady hier durch. Wenn er nur das Leitens und die Wege geblieft wird, dann geht es um die Spirale und die Spirale. Wenn er nur das Leitens und die Spirale gibt, dann geht es um die Spirale. Da drückt sie mich rein. Du lehrst nicht so wie drüber. Jetzt lasse ich voll laufen. Jetzt lehre ich. Schön. Hier oben. Gratuliere. Danke. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Hier oben.